Wir haben es in das Komplex. Diesen Weg. Das ist doch mal geil. Kannst du mal sehen, dass es ausmacht, keinen Alarm auszulösen und keine Feinde zu töten. Also da kriegt man schon ein ganzes Stück mehr Punkte. Sauber. Gefällt mir gut. Gefällt mir echt gut. Okay, das gab jetzt natürlich wieder gute Punkte, um auch die Skills dann auszubauen. Sehr schön. Weiter geht's zum nächsten Level. Karajan muss sich nahe sein. Aber wir müssen ihn noch immer noch anrufen. Und weiter geht's. Die dunkelsten Gassen. Karajan auf den Fersen. Dringe in den Sendeturm ein. Okay, jetzt kommt der Spinnenhänger. Drücke unten und rechtsklick. Bis hierhin habe ich es gespielt und dann habe ich aufgegeben. Also wir können uns jetzt hier so runterbaumeln lassen. Und für den Kill von diesem runterbaumeln lassen, habe ich hier einen Skill gekauft. So, aber hier ist es erstmal dazu da, um überhaupt erstmal auf diese Stufe zu kommen. Und weiter geht's. So, jetzt ist es auch für mich neu. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt läuft. So weit, so unkompliziert. Okay. Oh, oh, was ist das denn hier? Oh, Alter, ernsthaft? Na klasse. Scheiße. Huah! Nein, du hast nichts gerochen. Du hast nichts gerochen, Kollege. Nein, nein. Die alte Schnüffelnase. Okay, ich glaube er hat's aufgegeben. Okay, hier können wir noch hängen bleiben, das funktioniert. Und so wie es aussah, sollten wir theoretisch diesen kurzen Moment abpassen können. Ah, shit. Das war nicht das, was ich wollte. Gut, lass ich den Hund erstmal wieder durchlaufen. Aber wir können uns vielleicht gleich mit dem Greifhaken hier um die Ecke ziehen. In dem Moment, in dem er ganz weit weg ist, sollten wir nämlich außerhalb der Geruchsfahne bleiben. Genauso habe ich mir das gedacht. Wunderbar. Mensch, ich werde echt noch zum lautlosen Ninja hier. Das ist Wahnsinn. So, was machen wir denn mit dir, Kollege? Wie wär's, wenn wir einfach über dich drüber springen? Warum uns ja gar nicht erst so kompliziertes ausdenken hier. Gut. Schlafender Hund. Wache, Wache. So, dreht sich die Wache, Wache? Ja. Die Wache, Wache dreht sich. Okay, hier mach ich mal nicht hin, denn hier ist dieses Rabennest. Und ich denke mal, wenn das Rabennest dann erwischt wird, dann wecken wir wahrscheinlich die Leute. Und dann wird's sicherlich... Oh, ungewöhnlich. Ich wollte noch nicht raus. Was ist das denn hier? Ach du Schande. Okay, drüben ist schon wieder so eine... Dingens. Gut. Ich glaube, besser wird's nicht. Wir gehen dann gleich mal hier durch. So, einmal nach oben. Sie locken die Tür. Versuch, den Locken zu holen. Na klar doch, ich schau das erstmal ganz kurz noch hier drüben nach. Da muss es doch auch was geben. Oh, da haben die es ja nur einfach zum Spaß gebaut. Wow. Okay, das ist einfach nur ein weiterer Aufgang. Ist okay. Brauch ich nicht. Ich bin mit dem zufrieden, den ich genommen habe. Na komm schon, hin hoch. Alles klar. Der Sendeturm. Oh ja, die Funzel aus, Mensch. Trifte ich mit Aura? Was haben wir eigentlich für Ziele? Ich muss mal kurz schauen. Geh in den Sendeturm, um unentdeckt zu werden. Das könnten wir schaffen, wenn wir so weitermachen. Töte sechs Wachen des Kuriers. Ja gut, ich will ja niemanden töten, ne? Fülle... Fülle fünf Mülltonnen mit erledigten Wachen. Oh Leute, ich will doch niemanden umbringen. Das ist ja gemein. Na gut, verzichten wir jetzt einfach mal drauf auf das Umbringen. Können wir halt die Dinger nicht erfüllen. Das tut mir natürlich extremst leid. So, bleiben wir erstmal kurz hier. Wenn er weiter so hin und her läuft, dann sollten wir ihn eigentlich ganz gut überlisten können. Jo, so weit, so gut. Ich schätze mal, wir müssen weiter nach oben eigentlich, oder? Ich mach ihm mal lieber zu. So. So. Na komm schon. So, dann warten wir mal den kurzen Moment ab, wenn das Ding wieder oben ist. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Das ist doch scheiße. Töte mich. Hey, du! Ja, ich hab grad eh schon Alarm ausgelöst. Ich dachte, du wurdest davon angelockt. Ah, diese Steuerung. Tut mir leid, aber das ist, das ist echt doof in der Steuerung. Wenn man, also wenn das Ding nicht unterscheiden kann, auf welcher Seite man ist. Also wenn, wenn man so schnell auf der falschen Seite die Tür zu machen kann, auszusehen. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Da sollte man sich vielleicht was einfallen lassen, wie man das anders lösen kann. Naja, gut, was soll's. So, tätigen wir uns nochmal als Schlösserknacker hier. Und hoch mit dir, du blöds Ding. Nach draußen. Und diesmal von der richtigen Seite geschlossen. Wunderbar. So weit, so gut. Wir ziehen weiter nach oben. Und haben offenbar schon ein Zwischenziel erreicht. Schön. So weit, wie er eine Schild, die hinter sich hat, würde ich ihn nicht aufhören. Versuch, hinter ihm oder vor ihm zu kommen. Das ist jetzt aber nicht Graf Karajan, oder? Das ist jetzt irgendein anderer, schätze ich mal, ne? Wäre sonst irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen enttäuschend vielleicht? Ah, hier drüben ist gar nichts, das ist natürlich super. Gut, dann bleiben wir vielleicht mal einfach hier. Wie kommen wir denn an dem am besten vorbei? Oh, das war aber ziemlich knapp. Achso, ich seh grad. Wir können auch einfach unter ihm lang. Ja, kein Problem. Oh. Ich will dich natürlich nicht stören mit deinem MG da drüben, ne? Wow. Ja, das war bestimmt der Plan, da runter zu springen. So, dann machen wir doch einfach mal hier lang, ist auch kein Problem. Okay, okay, okay. Alles gut. Gut. So. Die Krähen sind mir egal und wieder ein weiteres Ding hier zum Skills aufbauen, aber es gibt nichts, was wir machen können. Ach, siehste mal, wir haben jetzt nicht neue Punkte, wir haben jetzt nicht alle acht Punkte neu dazugekriegt, sondern wir haben nur die zwei, die ich besser war, noch dazugekriegt jetzt. Okay. Wenn das so ist. Ja komm, lass weitermachen. Dann will ich mich ja gar nicht lange aufhalten. Ist ja auch gut zu wissen. Wo sind wir schon da? Ach du Scheiße. Das werde ich ja nie schaffen. Na klasse. So. Machen wir vielleicht mal hier unten rein. Oh. Ja, wenn wir jetzt auf töten eingestellt wären, wäre das natürlich perfekt hier unten. Aber wollen wir natürlich nicht. So, ich versuche es wirklich mal auf die nicht tödliche Art und Weise. Die Wachen können noch nichts dafür, dass sie für ein Arschloch arbeiten. Hoffe ich mal. So, schauen wir mal, ob es so vielleicht irgendwie funktionieren kann. So. Ist das denn ungesund hier oben durch das Licht? Es könnte ungesund sein, sagen wir mal so. So. So, machen wir vielleicht erstmal hier oben lang. Oh, was war das denn? Was war denn das für ein Mist gerade? Kannst du dich so nicht festhalten, oder was? Na dankeschön. Versteht ihr, was ich meine mit den Unzulänglichkeiten? Kannst du dich so gut machen? Ja. Okay. So. 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 ist scheiße ich habe noch nicht so ganz verstanden was die kriterien dafür sind da man sich mal festhalten kann und wann nicht das momentan ist so ein bisschen glücksspiel offenbar gut dann machen wir vielleicht doch mal oben lang das werden wir schon hinkriegen mit dem so machen wir mal so ja toll wie nah muss ich denn an den ranz schießen damit er das hört komm schon nein ich war es nicht okay die kante runter schaute aber nicht so richtig doch schaute okay aber wenn das 2 sind ist natürlich scheiße 2 gleich wie mache ich denn das ich weiß nicht wie ich da lang kommen soll ehrlich gesagt na wie soll man denn hier lang kommen ohne jemanden umzubringen warte mal habe ich geräuschentwickler ja genau geh doch mal dahin das finde ich nett von dir so dann gehe ich mal kurz hier in die ritze rein was ist das für ein raum der sieht irgendwie seltsam aus wäre ich ja etwa auch anders hingekommen so ich nehme auf jeden fall mal das artefakt mit kann nicht schaden hier unten acht dort aha naja gut wenn man das weiß wenn man das weiß kann er ihnen das weiterbringen ist jetzt aber nicht allzu naheliegend gewesen dass man dort weiter kommt ist natürlich ein weitaus einfacherer weg muss ich mal so feststellen so wenn er schläft will ich ihn auch gern schlafen lassen ich gehe dann halt mal ach so hier unten kann ich nicht weiter hey ich hörte du warst auf der ninja rade ja ich habe einen Trophäe für mich gut drei leute sind hier sogar man 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 ok jetzt sind wir aber quasi da so jetzt wirds lustig ach so na wenn das alles ist ach shit neuer versuch ok haben wir geschafft ach ach wir holen einen bogey auf dem perimeter um den Count bereit zu evakuieren ach und wir haben das Tracking-Device in Building 6 weißt du den kleinen Gisbel, der wird finden, wenn er geklappt wird wir senden einen Mann, um ihn zu holen das ist es wenn wir unsere Hände auf dem Tracking-Device führt es wird uns direkt zu Karajan finde die Wache des Kuriers ok ist das denn sehr weit nö es ist ja eigentlich gleich um die Ecke oh ist das eine gute Idee? ich weiß es nicht ich glaube ich geh mal wieder oben an lieber so die zwei Typen stehen immer noch da ist aber gar nicht so schlimm können sie ja von mir aus ruhig machen die stören ja so nicht so er pennt weiterhin das ist sehr schön eine sehr pflichtbewusste Wache so mögen wir das oh ein Köter natürlich so bei dem muss ich mir erstmal anschauen wie weit er läuft kommt sein Geruchsding über die Kante hier? ne ok so wenn er mal bis dort hinten kommt ah ich bleib mal lieber hier oben ich müsste mich halt erstmal ein Stück weiter rechts umschauen ach warte mal ich kann doch hier einfach nach unten gehen so nach unten geht sein Geruchsding nicht weiter wie es scheint ah die Vögel sind natürlich doof da drüben oh ich kann die töten ich kann die töten wie mies und es macht noch nicht mal Geräusche ja wenn man das weiß ist es gut learning by doing wunderbar so so es ist verdächtig ruhig hier muss ich sagen verdächtig ruhig hey schau mal an das einer unserer Scouts hat ein paar Geräte hinterlassen oh schön schauen wir uns an Rauchbombe Rauchbomben blockieren Laser fallen und die Sicht deiner Gegner wunderbar Drei Stück okay dann müssen wir wieder aufpassen dass er weiß wo es eine bestimmte Anzahl gibt und natürlich dürfen wir das direkt ausprobieren so wie lange hält die so wie lange hält sie zumindest naja ein bisschen schnell zu zumindest gut ich werde mir jetzt etwa auf kraft kaya ja da er ist es zu dem Träckungsgericht wenn wir ihn folgen dann wird er uns direkt zu ihm ah ok das ist der Bote ich nehme an wir dürfen ihm nicht zu nahe kommen oder? so unser Freund läuft unten alles gut soweit so so jetzt muss ich bloß schauen dass ich nicht den Kontakt zu ihm verliere er kommt doch bestimmt hier durch oder? nicht so ach so er hat sich nur Zeit gelassen das ist in Ordnung du komm mit mir so machen wir hier unten mal weiter gut dass wir zumindest die Schritte sehen von den beiden wundert er sich gar nicht dass das hier angehoben ist ich würde mich drüber wundern ich würde es tun so der andere scheint die ganze Zeit weiter darüber zu schauen das ist in Ordnung dann kann ich auch schon mal hier hin gehen gehe ich jetzt unten lang oder oben? die Frage ist wie sieht es oben aus? ich glaube ich gehe eher oben mit lang komm knack das Ding haa ok der Hund läuft eine extrem kurze Rute was haben wir denn hier oben lustiges? ok was auch immer ich weiß es nicht so ist das überhaupt eine gute Idee ah nicht so wirklich ne ich mach mal lieber hier unten lang mit